Ich wünsche euch zunächst zu meinem nächsten Let's Play Endless Ist das ein Spiel-Library-Sharm? Story-Modus Neues Spiel starten Marco Hallo Marco Was ich gerade sehe, ist die ganze Zeit im Bild Oder doch doch Ach schnapp Lecker Reise durch die Zeit Erlebe Geschichte neu Durch Aztargos Erkenntnisse über die genetische Erinnerung ermöglicht dir der Animus in der Vergangenheit zu spielen Mit diesem Produkt kannst du die echten Erinnerungen von Aveline de Grand Prix nach erleben Eine Assassinen im 18. Jahrhundert die zwischen zwei Welten gefangen ist und ihre Bestimmung sucht Das Gestern gehört dir Geschichte ist unsere Spielwiese Animus Erlebe Geschichte Erlebe Geschichte Erlebe Geschichte Erlebe Geschichte Eine Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Perfekt für die Plantagenarbeit, Monsieur. Nehmt diesen. Bei guter Arbeit am Stahlkundgesund. Ich hab dir gesagt, benenn dich, Kongo. Wie ich bereits erwähnt, Monsieur, der ist stark wie ein Ochse. Er ist gesund und komplett. Besser von 4 und 10. Mama? Ja? Ja, ja, ja. Ja. Ja, das ist das erste Assassin's Creed ohne Ball durch den Hauptraten, die Aveline nicht mehr mit Gewohnung allein durch. Diese Spiele haben die Hauptsache gefunden, glaube ich. Ja, das stimmt. Mama! Hey, ich will das nur noch so zum Motto sein. Mama! Pardon, Madame. Zu Göre! Wortslöffel! Halt! Ich lasse dich verhaften! Ich war dabei. Oh Gott! Oh Gott! Ja, stimmt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was hat denn das? Das war wieder sehr gut. Aveline? Ach, Machérie. Du hast wieder geschrien. War es der böse Traum? Ui, nur ein Traum. Verzeih, dass ich dich weckte. Pssst, Machérie. Pssst, bitte nicht entschuldigen. Eine Mutter sorgt dich. Auch eine Stiefmutter. Vielen Dank, Aveline. Maman, sorgst du dich auch? Hast du dich vergessen? Oder bist du tot? Auf jeden Fall ist die Nacht zu schade zum Schlafen. Was hast du wieder? Pssst, bitte. Pssst, bitte. Was ist das? Da sind noch alle Knöpfe oder so, also mehr da ein Problem. So, das ist ein Video, das ist ein Video, das ist ein Video. Oh nein! Vielen Dank.